Okay, und wenn ich dich besiege, gibst du mir deine Account-Daten? Der Auslast im Fudder muss ganz schnell los, Digga. Er sagt, ob ich dieser YouTuber bin, Digga. Let's go. Ich glaub's einfach nicht mehr. Er beleidigt mich aber die ganze Zeit. Leute, ich bin gerade auf YouTube bisschen durchgegangen, paar Streamer, und ich hab gesehen, dass da jemand streamt. Und ich kenn diesen Typen, der hat früher ein paar Accounts von Leuten gescampt und deswegen werden wir jetzt komplett streamen, bis er gar keinen Bock mehr hat, Leute. Ich bin so gespannt, wie das Ganze hier abgehen wird. Er muss in seinen Stream gucken, wo er landet. Ich glaube, der geht sogar zum Leuchtturm. Oh mein Gott, Digga. Hä, was für... Ich hab deinen Account gescampt? Nein, Junge, ich scam nicht. Ich bin... Also, ich scam keine Accounts. Ich bin ein legites Spieler. Danke für dein Follow. Nein, ich hab den Account nicht gescampt. Was glaubst du, Junge? Nein, keine Sorge. Oh, Leute, wisst ihr, was ich jetzt machen werde? Soll ich mal unten bei seinen Dings reinschreiben, und dass der Leute gescampt hat und so? Warte mal, ich glaube... Warte... Ich glaub, das ist das, der da vorne... Da vorne ist der sogar... Oh, ich geh jetzt nach ganz oben zum Leuchtturm. Hol mir erst mal Wachen, und dann werd ich ihn richtig zerstören. Ey, ich bin so gespannt, ne? Ich hab so lange keine Leute mehr gestreamsiped. Und ihr wisst, streamsipen ist richtig geil. Alter, let's go. X-Marty, danke für deinen Follower. Ehrenmann, Digga. Oh, oh, Leute, Leute, ich höre ihn. Ich höre ihn, glaub ich, hier unten. Ich glaube, der ist sogar hier unten. Boah, da muss ich jetzt langsam mich ranschleichen. Ich hab gar keinen Bock, dass er mich sieht. Ich will ihn so mäßig vom Hinterhalt streamsipen. Weil der wurde, glaub ich, schon vor ein paar Leuten gerade gestreamsiped. Und der hat gesagt, niemand soll streamsipen, aber ich mach's trotzdem. Okay, ja, ähm... Nein, ich schieß früher nicht Hokage. Nein. Nein. Da vorne ist der, da vorne ist der, Leute, der tut gerade Bäume abhacken. Ich weiß nicht, ich schieße ihn mal kurz an. Mal gucken, was da passiert. Oh, oh mein Gott, Gegner. Oh mein Gott. Wie der direkt baut, Digga, was ist das für ein Schwitzer? Oh mein Gott. Leute, fuck, Mann. Ey, ich weh, ich werd wieder gestreamsiped. Nee, ich raste aus, Digga. Ich schwör's euch. Oh. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ah, ich muss hier rein, ich muss hier rein. Warte, ich wirf mal ein paar Bomben, der wird bestimmt sterben. Oh mein Gott, er ist... Er ist fast tot. Ich hab keine, ich hab keine Muni mehr. Oh mein Gott, nein, nein, nein. Ah, ja, ah, ja. Ah, ja, ja. Fuck, Mann, Digga, wer ist das wieder, Junge? Psychonates, Junge. Ist das nicht dieser YouTuber? Junge, was ein Typ, Digga, was ist das? Wir auslasten, Bruder, muss ganz schnell los, Digga. Er sagt, ob ich dieser YouTuber bin, Digga. Let's go. Okay, Leute, ich würde sagen, ich geh jetzt einfach mal wieder raus und mal gucken, vielleicht komm ich wieder in seine Runde rein oder geht's wieder los, wenn du süß hast, Digga. Der regt sich grad mies auf, Alter. Boah, Leute, ich schwör's euch, wenn ich noch einmal diesen Natives sehe oder wenn ihr mich noch einmal streamst, ich schwöre, ich scam diesen Account vom Natives, Junge. Der ist so ein dreckiger Scammer. Ich schreib immer, ich bin der Scammer und so. Nein, Leute, der scannt auch immer Accounts. Ich war sogar dabei, Alter, der ist voll der dreckige Junge, ich schwör's euch, Alter. Hey, Leute, ich glaub's einfach nicht. Er ist jetzt hier irgendwo rausgesprungen, geht, glaube ich, Richtung dieser Brücke da hinten. Ich geh jetzt auch mal dorthin. Er nennt mich einfach ein Scammer, Digga. Was ist das für ein kleiner Go, Mann, weil ich hab gar nichts gemacht. Ich habe nur eine StreamCard-Video gemacht. Ja, ich werd mir jetzt erstmal Waffen holen und dann werde ich ihn auf jeden Fall besuchen und er wird jetzt eine richtige Überraschung erleben, Alter. Ich hab jetzt voll lange probiert, bis ich wieder in seine Lobby gekommen bin und er redet die ganze Zeit über mich, Digga. Adriano PL, danke für einen Euro, Junge. Was ein Ehrenmann, spendet der mir einfach einen Euro, Digga. Boah, Junge, ich schwör's euch. So, Leute, wie eben braucht man... Okay, ich lande jetzt unter der Brücke, aber irgendein... Oh, eine Chest, nice. Oh mein Gott, danke für den Follower. Ähm, Leute, aber ich schwör's euch, ne, wenn ihr mich noch einmal streamst, dann hab ich keinen Bock mehr, Leute. Ich, ich, wirklich, Leute, das ist einfach voll gemein so. Was hab ich euch getan? Wirklich, Junge. Leute, Leute, ich werde mal in seinen Chat reinschreiben, dass er ein richtiger kleiner Go ist und, äh, dass ich ihn weiter streamstreiben werde. Hä? Ein Natives? Du bist... Junge, was laberst du überhaupt, Digga? Du bist voll der Scammer, Junge. Halt die Fresse, wirklich, Junge. Digga, ich schwör's dir. Weißt du, du bist, du bist voll der ekelhafte, Junge. Ich kenn, ich kenn deine ganze Geschichte, du ehrenloser Junge. Du ehrenloser Scammer, Junge. Geh dich vergraben, wirklich. Ich scam deinen Account noch, du wirst sehen. Oh, nein. Hä? Digga, ich verstehe das nicht. Ich bin gerade eigentlich genau dort, wo er sein müsste. Oh, nee, Digga. Ich glaub, ich dachte, ich bin in seiner Lobby, aber ich bin gar nicht in seiner Lobby, Digga. Was ist das denn, Leute? Ich muss raus, ich muss noch mal probieren. Leute, wir werden auf jeden Fall nicht aufgeben. Er hätte mich einfach Scammer, Digga. Ich werde noch mal probieren, ich werde noch mal probieren. Let's go, Leute. Ja, ne, 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 ne. Ah, Digga, ich schwör's euch, ne. Wenn dieser Nace noch einmal versucht, mich streamsnipen, Digga. Ich raste so aus, ne. Ich hab keinen Bock mehr auf die Kacke, Digga. Ich schwör's euch, ne. Dieser Knecht, Junge. Nur am streamsnipen sind alle hier, Junge. Wirklich, Junge. Das macht doch keinen Spaß mehr so, Junge. Ich glaub's einfach nicht mehr. Er beleidigt mich aber die ganze Zeit. Ja, bin nur streamstiped, so. Ich weiß nicht, er nimmt das, glaub ich, zu krass ernst. Soll er aber auch machen, so. Mir egal. Weil das Ding ist, wenn man Leute scammt und Leuten droht, dass man die scammt will, dann muss man halt mit sowas rechnen, ne. Ähm, Leute, ich hab jetzt grad gesehen, der will, der wollte irgendwo Skincontest bei Leuten mitmachen, da bin ich aber reingegangen. Okay, Leute, also, eigentlich wollte ich ja Skincontest mitmachen, aber weil ich ganze Zeit gestreamsnapped wurde, denke ich, ich lande jetzt Lumberjack und Streamsnapper auch. Also, ich glaub, das wird's fun machen. So am Ende, so reingrägt schon alle killen, Digga. Ey, Digga, das ist so ein Dummkopf, ne. Der ist so dumm. Ähm, der fragt sich bestimmt so, wie kann man ihn so schnell streamsnipen. Aber das Ding ist, immer wenn er landet, der markiert einfach irgendeine Stelle. Der hat jetzt hier wieder gelandet. Da vorne ist er ja, ne. Ähm, ich weiß nicht, soll ich ihn diesmal spitzhacken? Okay, das wird auf jeden Fall schwierig. Aber ich guck mal, ich werd hier ein bisschen abbauen. Ich lande hier. Mal gucken, was er jetzt dann so vorhat. Ah, warte, ich weiß, wo er ist. Hier ist jemand, aber ich seh ihn nicht. Oh, oh mein Gott. Scheiße, Naitis, Junge. Er fährt einfach weg, wo ist der? Worin bleibt man stehen, Junge? Er ist wieder dieser Naitis, Junge. Oh mein Gott, warte mal. Ich werd den jetzt sowas von Sniper holen, Digga. Digga, er haut einfach ab, was das für ein Lappen, statt dass er kämpft. Oh mein Gott, Bro, ich glaub, ich werde dich schon mal wieder auslassen, Digga. Nein, du Kackle. Ich werd verdient. Wie das ist, Digga? Verdient. 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 Boom Boom Trigger, länger mit seinem Kopf. Ja, okay, Leute, nice. Auf jeden Fall, ich find's geil, was wir grad mit ihm gemacht haben. Er lasst uns komplett aus. Digga, der will 101 gegen mich, Junge. Er fordert mich einfach heraus. Ey, Naitis, ich schwöre, wenn du ein Mann bist, wenn du ein Mann bist, kommst du jetzt, schickst du mir jetzt eine Anfrage und wir machen ein Gott von uns one by one. Ich zerquicche dich, du simp, Alter, Junge. Ich wüsste, guck dich mal an, Alter, mit deinem hässlichen... Boah, Junge, ich hasse dich, Junge. Du bist... Digga, er rastet sich komplett aus, Leute, ne? Ich schwöre, ich glaub's aber nicht. Egal, wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich werd das jetzt so machen. Ich werd ihn jetzt einfach mal einladen und dann mach ich one by one gegen ihn. Und dann zerstör ich dich komplett in seinem Livestream, Digga. Mal gucken, was seine Zuschauer sagen. Ah, Leute, er hat mir eine weiße Frau freigeschickt. Boah, jetzt wird's eskaliert. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ey, was geht ab? Junge, was geht? Ich hab dich, glaub ich, gestreamstript, oder? War geil, oder? Junge, halt deine Fresse, Digga, du bist ein ehrenloses Flug. Scheiße, Junge, du Trickscammer. Komm, wir machen jetzt ein one by one, Digga, wenn du Eier hast. Ja, komm, one by one, aber warum musst du dich so beleidigen, Digga? Sei doch mal nicht so aggressiv, oder? Junge, weil du nix anderes kannst, Junge. Du bist ein streamstriper, Junge. Du trägst Streamstriper. Weißt du, du bist so jemand, du verstehst einfach keinen Spaß, Digga. Wie kann man so toxic sein, jetzt mal for real? Was hat man damit Spaß zu tun, Junge? Du bist einfach ein ehrenloses. Du bist so toxic, Digga, du bist so toxic, Digga. Ich werd dich halt zerstört jetzt. Wenn ich dich in one by one jetzt besiege, gehst du offline, okay? Ich hab keine Lust mehr, dass die Zuschauer Augenkrebs von deinen Streams bekommen, Digga. Okay, und wenn ich dich besiege, gibst du mir deine Accountdaten? Ja, safe, Digga, kann ich machen, weil ich genau weiß, dass ich gewinnen werde. Komm, mach bereit, let's go. Was ist denn Spinner? Das weißt du schon, ne? Ja, okay, ich werd dich aber zerstören, das weißt du. Komm her, Digga. Boah, Junge, ey. Junge, hör doch auf, Alter. Komm doch her, komm, was machst du denn da? Du hast so Glück, Alter. Oh mein Gott, Alter. Oh mein Gott, ich hab dich fast zerstört. Fick dich, Alter, wirklich nie. Warum beleidigst du aber die ganze Zeit? Was ist denn los mit dir, Digga? Ich mach das jetzt. Oh mein Gott, oh mein Gott. Was hättest du machen können? Was hättest du machen können? Äh, 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 äh. Bist du ein kleiner süßer Hund, der jetzt gerade 2 zu 1 gewonnen? Ja, genau. Bist du jetzt Toxic gewonnen. Weil du musst jetzt offline, ich hab doch gegen dich gewonnen. Aber Mann, weißt du, ich hab keine Lust mehr. Ich lösche jetzt das Spiel, Junge, wirklich, Alter. Ich lösche jetzt das Spiel, Junge, wirklich, ich hab keine Lust mehr.